Als Bundeskanzler weiß ich, was die Freiwillige Feuerwehr in Österreich seit vielen Jahrzehnten leistet. Und daher ist es für mich ein guter Anlass, der Freiwilligen Feuerwehr Böchlan zum 140. Geburtstag aus ganzem Herzen alles Gute zu wünschen. Aber natürlich bei der Gelegenheit Dankeschön zu sagen. Dankeschön für die vielen freiwilligen Mitarbeiter, die ihre Freizeit dafür einsetzen, um Menschenleben zu retten, um anderen zu helfen, um für andere da zu sein. Das macht Österreich stark. Hätten wir nur rein die bezahlten Leistungen in unserem Land, wir könnten das alles nicht aufrechterhalten. Es ist das in der Gemeinschaft für den anderen sich auch einzusetzen. Etwas, was in Österreich eine lange Tradition hat. Keine Modeerscheinung von ein, zwei Jahren und dann weiß man nicht mehr, was es ist. Die Freiwillige Feuerwehr hat einen fixen Platz, einen anerkannten von der Bevölkerung. Jeder hat schon einmal etwas gebraucht von der Freiwilligen Feuerwehr. Und auch in den schwierigen Zeiten, bei 140 Jahren kommt viel zusammen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Österreich aufgebaut wurde. Immer dann waren Ehrenamtliche zur Stelle. Daher ein aufrichtiges Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, an alle Mitarbeiter und alles Gute für die nächsten 140 Jahre. Ja, alles Liebe zu eurem Jubiläum. Wir sind ja gemeinsam, wie wir recht häufig jetzt in den Medien genannt wurden. Ich hätte auch ein bisschen unauffälliger PR für euch gemacht. Bitte nächstes Mal einfach anrufen. Nein, ganz im Ernst noch einmal ein herzliches Dankeschön. Ihr wart so schnell da. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe zum Jubiläum. Euer Bürgermeister hat mir verraten, dass ihr 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Böchlern feiert. Und leider kann ich selber nicht kommen. Aber ich wünsche euch von hier aus alles Liebe. Und noch einmal ein herzliches Dankeschön.